Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 5 Willkommen zurück Das Part hat mir ja unseren den Schneeschautern Festival oder so Und ja mal gucken was wir heute machen Guten Morgen Ja Zeit vergeht langsam werden wir nicht zusammen sein können Vielleicht sollten wir uns mit einem Style aneinander binden Würdest du das nicht bei der Arbeit behindern? Ja ja weiß ich doch das war wirklich nur ein Scherz Ja wenn du es sagst Ach ja er hat vergessen wir weg zu räumen Ich habe übrigens herausgefunden wo es einen Oktopus gibt Habe ich herausgefunden Leute Ich weiß wo es einen Oktopus gibt Und zwar Anscheinend Nur Beim Team Fischen Das ist sehr Toll oder? Ich habe das ganze Jahr Relativ oft ein Team gefischt Mehr als alles andere was man zusammen im Koop mit anderen Leuten machen kann Aber Das Spiel sagt sie einfach nö Das ist wirklich toll oder? Was soll ich da sagen? Was soll ich da zu sagen? Das gibt es nicht Das gibt es einfach nicht Nö Kein Oktopus Stattdessen kriege ich Millionen von Tintenfischen Tintenfische oder irgendwelche anderen seltenen Fische aus Was weiß ich? Aber ein Oktopus? Ne Das wäre ja zu viel des Guten Was will der? Was will der? Der gute Nico mit dem Oktopus Hat er nun seit Gefühlt 80 Parts oder so Die Quest mit dem Oktopus Ich habe die seit fast keine Ahnung wie lange Die Quest Ich würde gerne wissen welchen Part Also falls einige von euch das noch genau wissen Ich würde gerne wissen welchen Part ich sie genau gekriegt habe Ich stelle mir jetzt schon ziemlich lustig vor Wenn man sieht Wo ich die geholt habe Wie lange ich die schon Offen habe die Quest Weil normal ist das nicht oder? Wie random kann was sein? Oder wie krass zufällig Wie selten kann ein Fisch sein? Wenn ich halt die seltenen Dinger wie irgendwelche Goldsashimi-Gedöns bekomme Aber nie ein Oktopus Muss ja mega selten sein Gibt auf Reddit halt einen Post Von Dass jemand auch die Quest hat von Randolf Aber kein Oktopus bekommt Und dann schreiben halt auch die Leute darunter Von wegen Ich habe mal einen beim Teamfischen Ich habe auch mal einen beim Teamfischen Oh ich glaube dann kriege ich mal nur vom Teamfischen Aber ich habe den nur einmal im Jahr bekommen Einmal im ganzen Jahr gesehen Das macht Hoffnung ne? Das Jahr ist ja auch bald rum Und wenn das so weiter geht Dann sehen wir im gesamten Let's Play Kein Oktopus Ja das kann es nicht sein oder? Wir gehen das mal Teamfischen Und gucken mal ob wir vielleicht einen Oktopus bekommen Ich bin da überlegen Es gab halt nirgendwo was anderes Wo irgendwie Oktopus heißt ne? Und wieso geht man grad von Randolf So eine dumme Quest alter Und deswegen nehme ich halt Irgendwann diese Diese Quest an Ich hoffe ich muss nicht hier extra schlecht sein Um Oktopus zu bekommen Weil das widerstrebt mir natürlich ne? Und was bekommen wir? Erfolg? Ja Oktopus? Ne eine Torpedo Makrele Wisst du das auch sonst ne? Vielleicht muss ich einfach extra schlecht sein Ich kann mir das halt sehr gut vorstellen Dass man einfach extra schlecht sein muss Radia Guten Tag Guten Morgen Sollst du nicht arbeiten? Ist ja gut Ich frage mich Ob es in der Stadt bei irgendwas helfen kann Ich meine schließlich liebt Livia hier Einen anderen Grupp brauche ich nicht Bitteschön Immer noch nicht Radia Gute gehen wir erstmal zum Ludmilla Bambam Bambam Moin Ich gebe ihr den Herztrank Danke Guten Morgen Schatz Die Blumen freuen sich ja Kennst du die Sprache Kannst du nicht mehr Sprache der Blumen aus? Jede sollte eine spezielle Bedeutung Ich studiere dir das gerade Da gibt es erstaunlich viel zu lernen Mancher bringt Oma Jukimi was bei uns Schwenken die Beine in Erinnerung Bei uns klingt nett Da ich bei Gelegenheit mal dazu stoßen Das hat mir schon Na gut Ja Jetzt fehlt nur noch Duck Unser guter Duck Wo wir gerade dabei sind Oh Das hat jetzt mal Lukas auf Stufe 6 gehebt Immerhin Ich denke der Rest der Welt könnte auch ein Das eine andere von dir lernen Von der Magie lernen Da hast du schon mal darüber nachgedacht Ein Zauberbuch zu schreiben Deine Errungenschaften verdient Ist in den Analdeck Schild einzugehen Faszinierend Faszinierend Ist gut Ruhig dich Ich hoffe Duck ist da Wenn nicht in seinem Laden Ne? Duck ist hier Ja nur noch Duck fehlt Aber ich müsste auch bald Level sein Welches Level hat er? Ja 90% Ich hoffe mal Dass es jetzt klappt Ein Stein Wir tun da ein Stein rein So Duck Mein Bester Guten Tag Freut mich dich wieder zu sehen Ich habe hier was ganz tolles für dich Und zwar Ein gekochten was auch immer Ja Und endlich Duck Alter Jetzt fehlt nur noch Adea und Terry Ah Halt die Backen Duck Halt die Backen Lass mich jetzt direkt hier Terrys Hause Ja Und Bei heute Das passiert kann man wahrscheinlich gleich wieder schlafen gehen Wir müssen jetzt erst mal Das wirklich so Leider Wir müssen jetzt erst mal Ich will jetzt Bevor wir die Dungeon jetzt da weitermachen Die nächste Ebene Will ich halt Die nächsten vier Ebenen Möchte halt zumindest erst noch ein Date von den dreien machen Die ich ja versprochen hatte Und ich versuche mich ja immer dran zu halten Will ich mich auch dran halten Eigentlich Das hier ist wichtig Dass wir Ludmilla auf Stufe 7 bekommen Stufe 7 bekommen Wo ist sie denn Ludmilla ist noch 5 Im Terry da Hi Ja Donut sollte ich weiß Das ist super Ich weiß Das ist total Ich bin begeistert Hier bitte schön Danke Ach ja Hi Ach ja Wie viel Schatz Dann habe ich bis jetzt geöffnet Sag mal 160 nur Brauchst du noch bei sonst mal Hilfe Nein Da kommt Weil Ja komm Warum nicht Hier Gekochten Kürbis Du 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 So Findet Irgendwann Was Event statt Ne Jetzt findet nichts statt Alle sind zu Hause Turm will ich jetzt noch nie weitermachen Geh wir schlafen Ich weiß Ich könnte meinen Tag auch produktiv nutzen Indem ich ja alles und jeden mache Aber wir haben halt ein großes Ziel Das große Ziel ist 3 Dates plus Hochzeit Und dann den Dungeon Den Dungeon Und jeden beschenken ist halt auch nicht so meins Um ehrlich zu sein Das ist halt immer das was ich bei Rundfaktorier halt bei solchen Spielen nicht mag Ich mag es nicht immer nur rumzulaufen und jeden zu beschenken Das ist irgendwie für mich persönlich Ich kann halt ich kann jeder anders sehen Manche mögen das ich kann es auch vollkommen verstehen wenn man das mag Einfach nur mit Leuten reden Bisschen rumlaufen hier und da Hoch Hochlevel die Leute Bringt kann Kann schon Spaß bringen Aber mir ist das halt Für mich persönlich ist das jetzt nicht unbedingt was Cooles Wenn ich verstehe Ja Das ist für mich irgendwie nicht so Das wahre Äh ja 3,001 Konkurrenten Geh es als bessere Leistung an Du hast recht möglich Der bessere Konkurrent gewinnen Habe ich noch was davon Ich habe noch was davon Ja habe ich selbst gemacht Und weil wir lieben ja gerade hier Jetzt geben wir ja auch was Ich vergesse Ich vergesse Liebe ja jedes Mal Ich meine es ist nicht notwendig Dass wir ihr auch was geben Ach weißt du was Hier in dem gerolltes Omelette Nein Dann machen wir immer noch Einen neuen Kürbis Und dann gießen wir wieder die Pflanzen Ihr kennt die ganze Schose Ne Ihr kennt es So Reicht Und dann gießen wir Ach ja was wir auch vergessen haben Was ich vergessen habe Was ich vergessen habe aufzuliefern Die Stufe 10er Quest Genau Da kriegen wir neue Saat Das Thema Gemüse gelähnt Verkauf jetzt neue Samen Geh doch einfach vorbei und sieh dir das an Das machen wir auch gleich Das habe ich komplett vergessen Wir können auch neue Saat holen So hoch da Oh Lauch ist fertig Zumindest mal etwas So und hier auch Da war auch noch ein Lauch Äh da Da wissen wir was wir hier als Nichts tun werden Feiertrache Aubergine konnten wir jetzt holen Und irgendwas noch ne Ich habe es nicht genau gelesen Was wir da als Belohnung bekommen Das wird uns ja nicht nur mal extra gesagt Die sagen ja immer nur Ja die Läden haben wir jetzt verkauft Jetzt neue Saat Aber die sagen ja nicht genau was exakt Das halt mal ein bisschen Finde ich jetzt ein bisschen doof Weil das könnten sie schon machen Vielleicht beim nächsten Road Factory Aber das halt wäre praktisch Also muss man sich ja in Erinnerung rufen Was man da genau Dafür nochmal genau bekommt Und zieht mittlerweile so viel Gemüse In Road Factory Das halt irgendwann auch die Die Überblick verlierst Nicht wahr Ich muss die neue Saat Die neue Saat Ja auch direkt Beim großen Beet anpflanzen Damit wir auch davon Die große Variante bekommen So Weil Ananas ist auch noch nicht gewachsen Und auch noch keine geerntet Weil die 100 Jahre braucht Und ähm Trauben haben wir auch noch nicht geerntet Quasi von unserer eigenen Baum Genau wie Apfel Das sind halt auch so Sachen Die halt noch nicht geerntet wurden So Immerhin kriegen wir genug gut Orangen Orangen So Gehen wir zum blauen Mond Gar nicht mal Wir müssen gar nicht mehr zum blauen Mond Der Duck und Ding ist ja schon voll Jetzt ist ja jetzt nur noch Terry und Radia Die auf Stufe 5 gemacht werden Und äh Ja Das war es dann mit Stufe 5 Stufe 10 werde ich definitiv Jetzt nicht im Let's Play machen Also das dauert mir definitiv zu lange Und es wiederholt sich auch zu stark Denn ne Ähm Ja Stufe 10 Das werde ich Offscreen machen Irgendwann Da geht Radia gerade rein Sehr gut Das ist doof Dass das jetzt so ist Hallo Radia Guten Morgen Hi Und endlich Radia ist jetzt auch Stufe 5 Meine Güte Wieso zieht sich das immer so lange Manchen Ich weiß Man sollte die Leute Das fängt was sie brauchen Aber Nervt mich doch nicht Mit dem Mit dein Geburtstag Was interessiert mich dein Geburtstag Die kann man nicht heiraten Als bist du uninteressant So Terry Jetzt sag mal an Wenn das jetzt im nächsten Part So weiter geht ne Dann werde ich halt Die Dungeon machen Wenn ich jetzt Wenn es jetzt Ganzsatz weiterläuft Ach nervt mich nicht hier Terry komm Er ist schon Stufe 5 Willst du mich verkackt Wann hast du das denn erreicht Bin ich doof gewesen oder so Da habe ich ja jetzt alle auf Stufe 5 Wollen mich eigentlich alle verarschen Ich hasse das wenn Ich kann kann man nicht Mein Herz anzeigen lassen Da Anfrage an dem Jahr Ich freue mich zu teilen Für gute Freunde geworden sind Aber ich glaube Das noch schöner wäre Wenn du auch mit allen anderen Dorf gut befreundet wirst Also die los Und such dir noch mehr Freunde Habe ich Juhu Du hast Freundschaften Mit allen geschlossen Das freut mich so Du bist der beste Miku Du hast 50 Stück Bauholz erhalten Du hast 50 Stück Steinblöcke Was Das ist ja mega cool Das freut mich richtig Ganze 50 Stück Unfassbare Szenen spielen sich hier ab Ja dann müssen wir auf jeden Fall Noch hier äh da Irgendwas tun Habe ich jetzt Habe ich hier äh Sie schon schenken Nee ne Die kriege halt mal eine schöne Blume von mir So Müsst uns auch bei einschleimt Schlimmkorn Das ist natürlich schöne Mondtaublume Ah das für mich Danke So Reden wir auch mit der Und jetzt ist jetzt auf Stufe 6 Eine Stufe müssen wir sie noch hochbringen Damit wir sie auf Stufe 7 haben Guten Morgen schafft Blumen freuen sich so über das schöne Wetter Heute ist mein Geburtstag Der Tag an den ich für dich geboren wurde Und ich werde dir beweisen das ganze Jahr über Sag mal wie hast du schon mal erlebt Was Nervkitzel verspürt Äh Ich war mal in einem Dungeon Ich war fast erschöpft Was am Ende Als dieser schrecklichen Muttsamilie Angriff Ich bin so gerade so mit dem Leben davon gekommen Was du sehr so spät reagiert Das kann ich nachvollziehen Im Eifahr das Gefechts Die zunehmende Anspannung Und dann der Höhepunkt Das ist so sexy Ah nicht schlecht Ich bekomme meine Gänsehaut Werde aufregende Geschichte Von den Gefahren Die du erlebt hast Erzählst Äh Ach darum hast du also gefragt Ich freu mich nicht Ich helfe konnte Ludmiller Ja Ja Jo Ich finde jetzt kein Event statt Ach wir wissen ja sowieso Wart bis ein bisschen neun Bis die Leute was verkaufen Oh das ist immer so last belastend Alter Sag doch mal das ruhige Ichigo Ichigo Bankai Ichigo bedeutet Erdbeere glaube ich Auf Deutsch Und Ichi bedeutet Ist die Zahl 1 auf Japanisch Ja ja Was ich alles weiß ne Kann ich voll mit angeben Ach Quatsch Äh Teamfischen können wir machen Sag wir finden hier ein Oktopus drinne Nein Nur ein süßes Pulver Gut Dann machen wir mal Teamfischen Niemand will kommen Ja dann ist mir auch egal Dann müssen wir jetzt bis um neun warten Oder die haben doch um erst um neun auf Boah Und es finden keine Keinerle Events hier statt Wir haben alle auf 5 Da muss doch mal irgendwie Besonders Events stattfinden Das kann doch nicht sein Schwer vorstellbar oder Ich weiß doch Hätte mir das Brot gekauft Aber irgendwie will das ja auch nicht Ach hi Ich hab grad geguckt ob ich irgendwas noch machen kann Oh Das hat gerade mal rein Hat auf Stufe 7 gebracht Stufe 7 Denn der Äpfelfertigkeit beeindruckend Es bedarf schon einig Ein eisern Willen ist Und ein stilles Herz Um sie so hoch zu bekommen Ich werde noch härter trainieren müssen Um dich wieder einzuholen Bitteschön Ja Hab ich jetzt gemacht Danke Ich hab Ja Schenk dem einfach Lauchsaat Ich hab ganz völlig Lauchsaat in der Tasche Gut Dann gehen wir gleich mal da hoch Und dann kriegen wir neue Saat Nach so langer Zeit Mal neue Saat zu bekommen Ich lauf genauso rum Wie der andere Ritter hier Im Dorf Der drückt irgendwas in den Schuhen Das sind zu eng Hast du auch aus dem A9 auf? Ja Gut 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 Wir wollen ja immerhin auch was tun Wir wollen ja auch was tun Wir wollen Ah da kommt Lucy Lucy Bitteschön Das nehme ich Danke Das ist großartig Das wirkst du jetzt gemacht Ja Und sonst so Mir gibt es eine richtige Experte im Farmen geworden Nicht eine Gießkarte in die Hand Und du Nehm eine Gießkarte in die Hand Und du könntest ein Bild aus einem Lehrbuch sein Du musst hier wegkriegen dein Element Danke Geh arbeiten jetzt verdammte Scheiße Und es ist 9 Also wenn es nicht so weitergeht Wenn wir in diesem Part jetzt nichts krasses oder so Kann eventuell stattfinden oder so Dann werde ich hier definitiv Definitiv In diesem Part im Dungeon machen Danke Weil so ein bisschen Abwechslung Ja ich weiß du magst Tempura Du musst mir jetzt nicht immer sagen So Äh Nummer 9 Und 4 für das Wachstum Und Aubergine 9 Und 4 Dafür Laber mich nicht dicht Lucy Laber mich nicht dicht Alles ist in Ordnung Ja laber mich nicht dicht hab ich gesagt Tschüss Gott ey Diese Frau Das ist furchtbar Ähm Dann hole ich gleich nochmal 2 Tüten Von diesem Riesenpulver Ja wobei wir brauchen ja 4 Tüten Wenn wir einmal am Anfang Und einmal Wenn die gewachsen sind Müssen wir die einmal bestreuen nochmal Und Brot 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 Guten Tag Äh was verkaufst du Willkommen darling Ja die haben wir auch schon angepflanzt Ähm Wobei da brauche ich auch nochmal 9 ne Ne gar nicht wahr 4 So ich würde gerne nochmal latsch Dann brauchen wir mal 1 2 1 2 Ja 6 Stück Kein Problem Ich komme bald wieder Warte aber keine Gedanken Schon gut Ach ja Geh als wir ertragen Neue Saat Endlich mal neue Saat Hot Hot Frucht Mit Ibu Schmeckt ich habe noch nie Eine Hot Hot Frucht gegessen Habt ihr schon mal Habt ihr schon mal Eine Hot Hot Frucht gehabt Also in jetzt Im Real Life Ich weiß gar nicht was das darstellen soll Eine Hot Hot Frucht Wer tut da einen Stein einfach so Hin Äh da So Wir brauchen drei neue Reihen Äh warum muss sie jetzt unbedingt Bisschen eindeutig im Weg Eindeutig So Die zweite Reihe Weg mit dir Und hier die dritte Reihe Und dann brauche ich hier nochmal drei Stück Drei Felder Ähm genau Hot Hot Weiß ich was das wird Am Ende So Dann haben wir hier Dann haben wir noch Die Aubergine Auch so ein komisches Gemüse Schmeckt aber Kann schmecken So Dann mal hier noch Und irgendwas hat nur noch ne Ne Ich habe mich geirrt mit drei Reihen Ich habe mich geirrt Ich hoffe es ist okay Ich habe mich voll Gehe ich kann nochmal voll Und gehen wir zum Nein Zum Terra Drachen Denn dort Müsste diese Pflanzen Wir werden gekauft haben Auch vergrößern Und es gibt auch Die großen Glücksgläge Die müssen auch vergrößern Ähm Und die sollen wir Auf unsere Ausrüstung machen Dann müssen wir mehr Bekommen Ne Mehr davon und ich muss dann alles gießen ganz vergessen das wir hier haben wir noch drei freien felder passt ja eigentlich passt ja sehr gut ja ja und zwar hot hot so dann auberginen das kommt auch gleich noch riesenpulver drauf und glücksklee nein das ist ein meter weit der weiste machte wir nicht und jetzt riesenpulver ausrüsten so so was aufwand für nichts so ein bisschen für die wird nun mal nur um alle pflanzen auch gepflanzt zu haben jetzt kommen ja mal die anderen drachen dran ging zum schluss noch mal da wird das auch hinter uns haben ich habe schon gegossen da habe ich diesen halb sind ein dieser ein baum dieser ein drachen vergessen oder was ich bin so vergesslich aber hey cool neue saaten da habe ich alles gegossen ok aber sonst irgendwelche aufträge die wir machen können moment aus octopus neue art brot ja ernte alle gemüsearten die er bis auf goldes gemüse genau da sind wir gerade bei drei greife bringt fukka eine rosa katze ist wohl für das restaurant ja das ist ja easy das kann ich jetzt schnell machen genau apropos randolf wir holen noch mal brot also ich denke mal dass ich jetzt darauf hinaus läuft dass wir nicht hat ihn dann schon weitermachen und zwar laut meinen informationen müssen wir die erst bis zu ebene 10 kommen ich bin sehr gespannt ob wir das mit unserer ausrüstung und unsere gegenwärtige ausrüstung schaffen ich meine ist ja der härteste dungeon im spiel also irgendwie muss da ja was da muss hier irgendwas krasses sein naja mal gucken weil Luke Miller will ich nämlich gerne als erst ach Cecil was machst du hier Hallo Miko du kommst gerade richtig ich wollte eigentlich Brot holen willst du heute Abend zur Party kommen? eine Party was für eine Party denn? eine Pyjama Party wir treffen uns alle ziehen Pyjamas an und unterhalten uns bis wir müde werden alle? Moment heißt das die Frauen kommen auch? was warum sollten sie? Die Party ist nur für Männer eine Pyjama Party nur für Männer? gute Freunde die sich treffen das wird toll du solltest heute Abend auch zum Gasthaus kommen Miko du musst versprochen versprichst du es wenn du so darauf bestehst kann ich wohl nicht nein sagen wer wohl noch so kommt ja dann wissen wir ja was wir im nächsten Part machen werden eine Pyjama Party lustig das heißt ich darf jetzt den ganzen Tag und Nacht bleiben damit der nächste Part macht euch keine Sorgen der wird jetzt die wird nicht mehr jetzt direkt im nächste Part hier im Anschluss nachdem wir jetzt hier Part beenden oder so direkt aufnehmen und dann müssen wir den ganzen Tag ja quasi nochmal irgendwie überleben das wäre ja ziemlich anstrengend weil halt nichts passiert und wir halt quasi nichts machen können nur aus den Leuten beschenken und das generelle machen aber ich werde jetzt die Zeit verstreichen lassen bevor wir den nächsten Part beginnen damit wir das auch direkt machen können wenn wir den Part angefangen haben ne Pyjama Party mal gucken was das wird so nein frag doch nicht mehr gut dann essen wir mal sonstiges ein magischer Glücksbringer eine Diamantbrosche ein Wollihemd ein blauer Schild starker starker Schutzpanzer oha Prismenschild zu wenige Erfahrungen wir fertigen ok gut gehen wir nach Hause gucken wir uns mal an was wir da spielen können ob wir das so spielen können ich glaube nicht weil ich glaube wir brauchen nämlich in Zukunft nämlich die Items aus dem Dungeon die Drops von den Monstern oder so mal gucken aber immerhin können wir ein Prismenschild herstellen wenn wir die benötigten Materialien haben ne ruhen wir es bis jetzt noch das Beste sehr gut ja da fehlt uns nämlich eine gefährliche Schere für Prismenschild tatsächlich ok blaue Schuppe und eine Purpur Schuppe vorstücker Schal da auch nichts besseres und die eiserne Gita ok gut Leute ich würde sagen wir machen nächstes Part weiter ich äh ich äh das wird das war jetzt ein sehr trügiger Part ich weiß aber das muss ja teilweise auch kommen aber immerhin haben wir neue Hot Hot Saat und Aubergine und wir haben wir züchten gerade noch mehr Glücksklee und äh äh Ludmilla ist auf Stufe 6 gekommen hey ist da auch was und wir haben genau wir haben alle auf Stufe 5 gekriegt das ist auch was ey also kann man keiner sagen dass wir nichts geschafft haben ich denke mal wir sehen uns im nächsten Part wieder ich bedanke mich für zu sehen lasst gerne ein like kommentare und abonniert wenn ihr nichts verpasst und bis zum nächsten mal haut rein und tschüss bis zum nächsten Mal